Hallo und herzlich willkommen hier auf dem PLW History Kanal. Einige kennen uns wahrscheinlich eher vom Feldpost Kanal, aber wir sind heute wieder zu Gast bei Paraliteworks und da reden wir heute über die Geschichte und die Uniformierung und Ausrüstung der Fußartillerie. Jawohl. Aber bevor wir dazu kommen, bedanken wir uns heute erstmal bei dem Sponsor des Videos. Das ist nämlich MyHeritage. Das ist eine sehr schöne Seite, weil ihr wisst ja alle, jeder der sich mit Geschichte beschäftigt, beschäftigt sich auch mit der eigenen Geschichte und da ist MyHeritage einfach ein perfektes Werkzeug. MyHeritage ist eine Plattform zur Ahnenforschung. Unser Teammitglied Jonathan hat sie ausprobiert. Er konnte dabei nicht nur mehr über seine Abstammung erfahren, er hat auch begonnen an seinem Familienstammbaum zu arbeiten. Dieser führte nicht nur in die USA, sondern auch zu seiner Oma in das ehemalige deutsche Ostpreußen. Wie so viele musste auch sie mit ihrer Familie zum Ende des Zweiten Weltkrieges flüchten. Die 19 Milliarden historischen Dokumente und Einträge, die auf MyHeritage hinterlegt sind, können dazu beitragen, weitere Informationen über die eigene Familie zu finden. Und tatsächlich gab es bei Jonathans Oma zwei Übereinstimmungen. Zwei Verwandte sind aufgetaucht. Vielleicht haben sie auch mehr Informationen über weitere Zweige der Familie. Eine weitere spannende Funktion findet ihr bei den Fotos. Hier könnt ihr alte Fotos hochladen, diese ganz einfach kolorieren und sogar animieren. Wenn auch ihr einen Stammbaum anlegen wollt oder mehr über eure Familie erfahren möchtet, dann ist MyHeritage eine interessante Anlaufstelle. Wenn ihr das Ganze einmal ausprobieren wollt, könnt ihr das jetzt 14 Tage lang kostenlos tun. Geht dafür einfach auf den Link in der Videobeschreibung und probiert die vielen Funktionen einmal selber aus. Viel Erfolg bei der Ahnenforschung und nun zurück zu Philipp und Peter. Die Fußartillerie war im Endeffekt ein Bestandteil der ganz normalen Artillerie. Es war halt eben der Teil, der mit den schweren Kanonen ausgestattet waren. Also nicht die leichten Feldkanonen, die auch schnell bewegt werden konnten. Das waren richtig die schweren Geschütze und die unterschieden sich dann innerhalb der Artillerie schon während der Einigungskriege durch den technischen und organisatorischen Aspekt so sehr, dass die dann 1872 eine eigene Waffengattung gebildet haben und das war dann die Fußartillerie. Fußartillerie, warum? Hier muss man jetzt wieder sagen, namensgebend und charakteristisch für diese Waffengattung war, dass die Fußartillerie im Gegensatz zur leichten oder auch fahrenden Artillerie nicht bespannt war. Da waren wirklich nur die Geschütze, die Munitionswagen und die technischen Wagen bespannt und die Besatzungen für die Kanonen, die sind hinterhergelaufen. Bespannt heißt also da hingen Pferde vorne dran. Da hingen Pferde vorne dran, genau. Also die waren halt eben wirklich, das waren Gespanne, Zugpferde ziehen das Geschütz, ziehen Ausrüstung, ziehen Munition. Genau, da kann man vielleicht zum Vergleich noch sagen, dass MG-Kompanien zu der Zeit beziehungsweise um 1900 rum schon so trainiert haben und die Taktik war so aufgebaut, dass sie eben auf diese Protze, also auf den Wagen, wo das MG drauf ist, auch mit aufgesessen haben. Genau und das hat die Feldartillerie auch gemacht. Also die Feldartillerie war deutlich mobiler und hatte halt dementsprechend auch leichtere Geschütze und da war das so, dass die Besatzungen der Kanonen wirklich mit auf der Protze aufgesessen sind und so konnte man die schneller und mobiler bewegen. Das war dann bei der Fußartillerie nicht mehr so. Dort sind dann die Besatzungen der Kanone wirklich hinter den Gespannen hinterher gelaufen. Es sei denn natürlich, es musste sehr schnell gehen, dann kam es auch vor, dass die Besatzungen der Fußartillerie entweder auf die Spannpferde mit aufgesessen sind oder sich direkt mit auf die Protze. Also die Protze ist im Endeffekt die Aufhängung für die Kanone, um die zu bewegen. Dort haben die sich mit drauf gesetzt. Das Ganze hat sich ja so entwickelt, dass in den napoleonischen Kriegen zum Beispiel, da war die Artillerie ja eigentlich oder bestand aus den typischen Feldkanonen, die man ja so kennt. Da gab es ja die Artillerie in dem Sinne nicht so wie man sie heute kennt, die quasi aus Kilometern Entfernung in einem hohen Bogen geschossen hat. Und dann irgendwann kamen eben mehr Kanonen dazu, mehr Technik, modernisierter und dann eben auch verschiedene Größen an Kanonen. Und auch, ich glaube, das Haubitzen-System war ja auch maßgeblich dafür, dass dann später auch Belagerungsartillerie geschaffen wurde. Die Fußartillerie hieß nämlich auch, bevor sie in Fußartillerie umbenannt wurde, tatsächlich Belagerungs- oder Festungsartillerie. Genauso hatte man das damals gemacht. Dann kann man jetzt natürlich sagen, die Struktur der Fußartillerie war ein bisschen ungewöhnlich, weil ungewöhnlich das falsche Wort ist. Das ergab sich dann erst später im Ersten Weltkrieg, warum das ungewöhnlich wurde, weil die Kompanie-Ebene bzw. die Fußartillerie war so strukturiert, dass die Besatzungen alle auf Kompanie-Ebene agiert haben. Die wurden dann erst zusammen mit ihren Geschützen und den Geschützmannschaften wurden die dann zu einer Batterie. Und diese Batterie, bzw. diese Batterien, die sich dann ergaben, die wurden dann zu Regimentern zusammengefasst und diese dann später zu den jeweiligen Divisionen, wohin sie gehört haben, also die bzw. die Divisionsartillerie und die Korbstartillerie und Reserveartillerie, da wurden die dann dementsprechend eingeteilt. Sodass das im Endeffekt da überall in jeder Division auch ein artilleristisches Medium verfügbar war. Also sehr breit gefächert quasi und überall so ein bisschen als Unterstützung mit dabei. Genau. Und das wurde mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs auch noch schlimmer. Als der Bewegungskrieg im Ersten Weltkrieg 1914 nämlich zum Stehen kam und die Front unglaublich lang war, war der Bedarf an artilleristischen Mitteln enorm. Das hat dazu geführt, dass man quasi die Fußartillerie-Regimenter komplett auflösen musste. Also man hat diese Regimentsstruktur zerschlagen, um den Bedarf entlang der kompletten Frontlinie mit schweren Geschützen zu decken. Was dann wieder dazu geführt hat, dass es dann später selbstständige Batterien gab, die dann zu Bataillonen zusammengefasst wurden. Aber diese Bataillone dann auch wieder selbstständig blieben und es gab auch noch vereinzelte, vereinzelte selbstständige Batterien. So eine Batterie wird zusammengesetzt. Das sind halt eben eine gewisse Anzahl Offiziere und eine gewisse Anzahl Mannschaften. Und so haben die dann im Ersten Weltkrieg agiert. Also an den Brennpunkten, wo sie dann gebraucht wurden. Das ist wirklich sehr vergleichbar mit Maschinengewehren aus der Zeit. Das war ja auch eine Waffengattung, die sich neu den Gegebenheiten anpassen musste. Und da gab es ja auch Kompanien und dann gab es irgendwann Abteilungen, je nach Brennpunkt. Die wurden auch mehr oder weniger überall als Unterstützung eingesetzt. So wie es im Endeffekt alle neuen Waffengattungen getroffen hat, die dann quasi in dieser Zeit gebildet wurden. Auch Sturmtruppen sind ja auch eine Sache, die einfach für einen gewissen Zweck entwickelt wurden, diesem Zweck nicht gerecht wurden und mussten dann dementsprechend neu strukturiert und neu angepasst wurden, damit sie situativ in das Kriegsgeschehen eingekliedert werden konnten. Und alles so Sachen, die sehr effektiv waren, die man unbedingt weiterentwickeln musste und wollte. Und da ging es dann nämlich auch schon weiter, weil es wurde dann auch während des Ersten Weltkriegs wurden innerhalb dieser Fußartillerie Verbände wieder neue Truppenteile geschaffen. Artilleristische Aufklärung war damals unglaublich wichtig. Zum einen, damit man Ziele trifft und damit man zum Beispiel auch gegnerische Artillerie mit dieser langreichenden Artillerie bekämpfen kann. Und da gab es dann sogenannte Fernrohr-Fernmess- oder Fernrohr-Truppen, die dann quasi mit großen Scherenfernrohren wirklich geschaut haben, wo die Ziele sind und dann dementsprechend berechnet haben über Distanzmessungen und so weiter und so fort, wie die am besten zu treffen sind. Und auch in dem Rahmen wurden dann später solche Sachen wie Schallmess-Trupps zum Beispiel entwickelt. Also ein Schallmess-Trupp, könnt ihr euch vorstellen, die berechnen anhand des Schalls, den ein gegnerisches Geschütz verursacht, die Distanz zum Ziel. Ja, mich erinnert es gerade an diese Bilder, wo ein Soldat in einem Krater liegt mit so einem riesen Hörrohr. Ja, das war ein anderer Verwendungszweck, ist aber sehr interessant, weil man hat damals gedacht, man könne damit die gegnerischen Schützengraben belauschen. Hat so lala funktioniert, aber es hat auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Dann diese Fernrohr-Truppen wurden dann später auch umbenannt in sogenannte Licht-Mess-Trupps. Und diese Licht-Mess-Truppen waren dann im Endeffekt dafür da, also die hatten ja wie am Anfang diese großen Fernrohre, die dann auch teilweise auf Wagen gezogen wurden. Also sie waren sehr, sehr hoch. Und mit denen hat man dann die Frontlinie des Gegners beobachtet und hat dann dort die Mündungsfeuer der Artilleriegeschütze beobachtet. Und hat dann anhand des Mündungsfeuers in Berechnung dazu, also quasi im Verhältnis dazu eingesetzt, des Einschlages errechnet, wie weit die weg sind. Ah ja, also so ein bisschen wie Blitz und Donner hören und sehen. Genau, genau. Also man hat dann zwar höchstwahrscheinlich nicht runtergezählt, wie weit das hier Witter jetzt weg ist und hat sich dann gefragt, wo war denn das hier Witter? Sondern man hat das wirklich, ich meine, da gab es richtig Berechnungen für. Und diese Truppen gehörten auch zur Fußartillerie bis Ende des Krieges. Denn die Fußartillerie, diese Bezeichnung wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg nicht übernommen, da die schwere Artillerie quasi mit dem Vertrag von Versailles wurden die dann verboten für die deutsche Armee. Daher hat sich das auch nicht durchgesetzt, weil später gab es dann die Panzerwaffe mit Selbstfahrlaffetten und so weiter und so fort. Und da war dann die schwere Artillerie einfach in dem Ausmaß nicht mehr notwendig. Haben die dann auch mit diesen Luftschiffen zusammengearbeitet? Wäre mir nicht bekannt. Aber ich würde es nicht ausschließen. Die haben bestimmt alle im Verbund irgendwann mal miteinander gearbeitet. Das war dann wahrscheinlich nur so eine Unterstützungstruppe, wie die Telegrafen. Genau. Genau. Dann kommen wir zu der Uniform. Das, was euch alle am meisten interessiert, nach diesem schnöden Geschichtsteil. Und die Uniform der Fußartillerie ist tatsächlich sehr interessant, weil sie unterscheidet sich in einigen Punkten dann doch wesentlich von denen der Feldartillerie. Die Feldartillerie hatte nämlich damals schwedische Aufschläge mit schwarzen Vorstößen und die Fußartillerie hatte ebenso wie die Infanterie, also wie die preußische Infanterie, muss man hier dazu sagen, und wie ein, zwei andere Infanterien anderer Armeen auch, die brandenburgischen Aufschläge. Aber eben in schwarz. Mit den drei Knöpfen, ganz klassisch, wie man es kennt. Und diese schwarzen Vorstöße waren dann sehr charakteristisch für die Fußartillerie. Ebenso wie Lichtmess-Trupps, Schallmess-Trupps und später auch diese Artillerie-Unterstützungstrupps, die es dann alle gab, die haben auch die Uniform der Fußartillerie getragen. Dann mit Einführung der M15-Bluse, war das dann so, dass er dann die Bluse aussah wie auch die der Infanterie lediglich. Die Schulterklappen haben sich unterschieden. Und die waren bei der Fußartillerie gelb mit gekreuzten Granaten bei den Preußen. Das muss man jetzt wieder dazu sagen, weil bei den Bayern fiel diese gekreuzte, keine gekreuzten Granaten, eine Kreuzkanone wichtig. Die flammende Granate ist bei der Feldartillerie auf rotem Grund. Und bei der Fußartillerie war es andersrum. Da war es nämlich zwei gekreuzte rote Kanonen auf gelbem Grund. Und entsprechend bei den Lichtmess-Trupps war dann noch LM mit aufgestickt und bei den Schallmess-Trupps war dann SM mit aufgedrückt gestickt. Dann sonst natürlich hatte die Artillerie ebenso wie Pioniere oder andere technische Truppen nicht die Patronentasche 09 der Infanterie, sondern hat sich da dann auf die Patronentaschenmodell 1887-88 zurückgegriffen. Das waren die verkleinerten Patronentaschen des Modells 1887. Nierenförmig, weil die einfach nicht so viel Munition brauchten. Natürlich, die waren ja mit der Geschützbedienung beschäftigt und dass die mit dem Gewehr geschossen haben, das war eher selten. Des Weiteren natürlich Koppelzeig, wie bei der Infanterie auch. Da finden wir dann an der Seite das Seitengewehr mit dem Feldspaten. Hier sehen wir noch das lange Seitengewehr, weil die Ausführung, die wir euch hier zeigen, ist die Version der Uniform der Fußartillerie, wie sie so Ende 1914 getragen wurde. Dann auch sehen wir natürlich, wir haben den Brotbeutel in braun mit der dazugehörigen Feldflasche aus Aluminium noch. Die gab es dann später auch eher aus Stahlblech, wie für alle Truppenkörper. Und dann auch aus Feldgrauen oder mit Feldgrauen Überzug. Genau, genau. Stiefel wie bei der Infanterie waren halt eben zu der Zeit noch Loger, später 1915 ab dem Schwarzfärbebefehl entsprechend zu schwärzen, wie alles Lederzeug. Und auf dem Kopf sehen wir dann noch eine Besonderheit und das ist nämlich die Pickelhaube. Die Pickelhaube der Fußartillerie war am Ende des Tages baugleich mit der der Feldartillerie. Ja, Grundkörper, ja. Genau, der Körper und oben die Spitze war natürlich eine Kugelspitze, wobei man jetzt hier bei der Kugelspitze auch dazu sagen muss, das ist ein bisschen schwierig, warum das jetzt eine Kugel ist. Manche Quellen sagen, das ist traditionsbehaftet und stellt dann die Kanonenkugel dar. Und wiederum andere Quellen erzählen uns, das sei ein früher Arbeitsschutz, damit man sich beim Bedienen der Geschütze nicht verletzt. Ja. Wobei ich mir das nicht so richtig vorstellen kann, weil auf Originalfotos haben meistens die Bedienmannschaften der Kanonen einfach das Grätzchen auf. Okay. Gerade die Fußartilleristen, die waren so weit weg von der Front da, warum hätten die einen Helm aufsetzen sollen. Ja, ich verstehe auch nicht, wenn man sich jetzt auch den Nebenmann irgendwie mit der Spitze trifft oder so, da entstehen halt auch keine Verletzungen. Wer weiß, ich habe bei mir zu meinen Arbeitszeiten damals schon die größten Unfälle gesehen und ich traue Menschen grundsätzlich erstmal alles zu. Ja, das stimmt. Man muss immer mit der Dummheit anderer weg. Richtig, richtig. Man muss immer vom Dümmsten ausgehen. Zur Bewaffnung, das ist nochmal ein sehr interessantes Thema, denn die Kavallerie, über die wir hier gar nicht reden, aber die Artillerie war ebenso wie die Kavallerie oder die Pioniere auch mit dem Karabiner 98 bewaffnet. Den Karabiner 98 AZ, wie er damals in seiner Entwicklung genannt wurde. AZ steht für Auflands- und Zusammenstellvorrichtung. Da gab es noch diverse Zwischenmodelle und so weiter und so fort. Da machen wir irgendwann auf dem Feldpostkanal mal noch ein Video drüber. Vielleicht auch hier. Mal gucken. Und das ist an sich eine sehr, sehr interessante Waffe. Hat viele charakteristische Eigenschaften. Ist sehr beliebt bei Sammlern. War früher auch sehr beliebt bei Soldaten aufgrund ihrer kompakten Bauweise. Ja, und die Leichtigkeit. Kann man eben mal so hinter den Rücken schnallen, sozusagen. Genau. Also ist es von der Handhabung her schon einen guten Ticken bequemer als das Gewehr 98. Genau. Und für alle, die es überhaupt nicht wissen, das ist halt nicht die Waffe, die im Zweiten Weltkrieg benutzt wurde, der Karabiner 98, sondern es ist eben die Vorstufe dazu. Genau. Der heißt auch offiziell immer Karabiner 98. Steht auch so in der Vorschrift und ist auch so auf die Waffe gestempelt. Ja. Die Version der Wehrmacht heißt immer noch Karabiner 98 kurz. Genau. Kar 98K. Richtig. Und das ist der... Genau. Das habe ich nämlich letztens auch wieder in einem Marinebuch gelesen mit einer Auflistung, was die Matrosen damals in den Kampf mitnehmen mussten. Und da stand auch Karabiner 98 drauf. Ja, genau. Dann reden wir noch einmal darüber, wo ihr die Uniform kaufen könnt. Aber das machen wir dann auf dem Feldpostkanal. Es wird nochmal eine längere Version dieses Videos auf dem Feldpostkanal geben. Und da gehen wir dann auch nochmal genau drauf ein, was die sinnvollsten Bezugsquellen sind. Solltet ihr Interesse an der Darstellung eines Fußartilleristen haben. Aber das soll jetzt erstmal hier an der Stelle gewesen sein. So. Dann am Ende des Videos würde ich sagen, danken wir nochmal dem Sponsor dieses Videos. MyHeritage. MyHeritage ist zur Zeit auch für 14 Tage kostenlos. Da könnt ihr das antesten und könnt mal schauen, wo euer Stammbaum euch hinführt. Der Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir es dabei. Lasst gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da. Und dann bis bald. Das 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 Untertitelung des ZDF, 2020